Hallo meine lieben Kinoblogger und Filmfans da draußen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Geht es heute um einen neuen Katastrophenfilm und zwar Greenland, der seit Donnerstag in unseren Kinos läuft und ob es sich lohnt ein Ticket zu lösen, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Bis gleich! Ja, ein neuer Katastrophenfilm macht sich im Kino breit und ich war eh überrascht, dass er überhaupt ins Kino kommt. Und zwar geht es um Greenland, den neuen Katastrophen-Thriller von Regisseur Rick Roman Waugh mit Gerard Butler, Morena Beckerin und David Denman in den Hauptrollen. Und ja, wie es sich für einen Katastrophenfilm gehört, geht es diesmal erneut um einen Kometen, der die Erde bedroht und eine Familie, die sich davor in Sicherheit bringen muss. Kurz und knapp was zur Handlung. Auf den ersten Moment denkt man sich, okay, wieder so ein Ding, so ein Abklatsch à la 2012 oder Armageddon oder Deep Impact. Nee, nein, diesmal muss ich euch, ja, sagen wir mal, enttäuschen. Es ist zwar ein waschechter Katastrophenfilm, doch der Regisseur hat gerade mal hierfür ein Budget von 35 Millionen Dollar zur Verfügung und das ist auch gar nicht so verkehrt. Während über 100 Millionen wäre es wieder ausgeartet wie die anderen Genre-Vertreter. Doch diesmal liegt der Fokus nicht bei der eigentlichen Katastrophe, die zwar irgendwie trotzdem immer wieder präsent ist, sondern der Fokus liegt bei den Figuren. Einer Familie, die auserwählt wird, sich vor dem Kometen in Sicherheit zu bringen und dann kommt natürlich alles etwas anders, denn die Familie wird getrennt. Ob sie wieder zusammenfindet, das wird man im Film sehen. Ich war auf jeden Fall am Ende doch sehr positiv überrascht von dem, was man da umgesetzt hat, denn es ist eben, wie bereits erwähnt, ein etwas anderer Katastrophenfilm. Thriller geht sogar eher Richtung Drama. Denn Gerard Butler hat ja nicht zum ersten Mal in einem Katastrophenfilm mitgewirkt. Geostorm war ja auch so ein Ding. Der war natürlich wirklich in erster Linie so ein Effektfeuerwerk, ersten Grades. Und dieser Film Greenland bedient sich eben nicht gerade dem, was man von einem solchen Genre erwartet. Nein, hier ist es wirklich der Überlebenskampf, sich vor der Katastrophe in Sicherheit zu bringen. Dann wird man auch getrennt, muss schauen, dass man seine geliebten Menschen wiederfindet. Dann artet es natürlich aus, jeder Mensch geht mit einer solchen Katastrophe andersrum. Es gibt Plündereien, es gibt Hamsterkäufe. Manche schmeißen einfach eine Party, um wirklich eben diesen Showdown nochmal zu erleben, weil es geht darum, dass der Großteil des Brockens des Kometen auf die Erde einschlägt und Millionen von Menschen in den Tod reißt. Und jeder geht, wie gesagt, mit etwas anders um. Und gerade diese Momente hat man meiner Meinung nach sehr gut eingefangen. Sehr spannend bis zum Schluss. Der Film geht immerhin 119 Minuten, also fast zwei Stunden, wo für mich persönlich keinerlei Langeweile aufkam. Schauspielerisch ist es zwar keine Top-Leistung, um Gottes Willen, was man halt für einen solchen Film erwartet. Gut gespielt hat man es dennoch. Gerade auch hier Mutter-Kind-Beziehung. Okay, Gerard Butler will ich jetzt nicht abstreiten, dass er schlecht war. Aber hier war meiner Meinung nach eben Morena Beckerin echt top. Kann man nicht meckern. War sehr überrascht von dessen Leistungen. Und ich glaube, wer den Film gesehen hat, kann sich da ein bisschen identifizieren, wenn man selber Kinder hat, Familie hat, wie würde man selber in so einer Situation reagieren. Und ich glaube, da geht es dem ein oder anderen ähnlich. Wie es am Ende ausgeht, ist er vorhersehbar, ist er nicht vorhersehbar. Man hat vielleicht die ein oder anderen kleinen Wendungen mit eingebaut, fand ich durchaus auch interessant und nicht immer so straight away nach dem gleichen Motto. Und von daher kann ich ihn Fans des Genres mit Abstrichen wohlgemerkt durchaus ans Herz legen. Also man sollte wirklich keinen totalen Katastrophenfilm erwarten, wo alle fünf Minuten irgendwas explodiert oder untergeht. Und hast du nicht gesehen, wie man sie eben von zum Beispiel 2012 erkennt. Nein, diesmal ist wirklich der Fokus auf einer Familie. Emotional gesehen ist er gut inszeniert. Er ist spannend. Und gut, über das Ende kann man sich streiten. Ich persönlich war doch sehr angetan von dem Streifen und kann ihn euch gerade in Corona-Zeiten mal wieder ans Herz legen, ein Kinoticket zu lösen. Ich weiß, es ist alles nicht gerade einfach momentan. Aber wer seiner geliebten Filmbranche was Gutes tun möchte und auf das Genre steht und irgendwie ansatzweise was mit dem Trailer anfangen kann, bitte, bitte, bitte löst ein Ticket. Die Sicherheitsvorkehrungen sind echt wirklich vollkommen in Ordnung. Es ist genug Abstand dazwischen. Also tut euch den Gefallen und löst ein Ticket, wenn euch der Film in irgendeiner Art und Weise anspricht. Gute Lieben, dann haben wir es mal wieder geschafft für heute. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Restwochenende und bis die Tage. Ciao, euer Basti vom Kinoblog. Bye, bye.